hallo boys and girls we are ready to rumble what's poppin janik good very nice okay wir hören gleich mal direkt auf mit englisch sprechen weil dann schalten schon mal 50 prozent der user oder der hörerinnen ab ja aber was war los janik wie geht es dir ja jetzt sehr gut ist gerade ein bisschen stressig in der schule ja viel zu tun extrem extrem aber so gesehen alles läuft gerade bestens so es hätte nicht besser laufen können und ja und auch mit musik veröffentlichung geht es gut voran da habe ich jetzt auch die nächste platte so gesehen draußen die mal die die ersten sounds ja also ja singe oder keine ahnung sind nur drei songs auf die ja 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 okay und tatsächlich so dass dieses dass die dieses album quasi ja so gesehen meine ersten projekte waren die ich damals gemacht haben mit logic und das natürlich sehr toll und jetzt kommt aber noch mal das raus wenn es klappt mit junco mein so gesehen mein vertreiber dass ich da jetzt noch mal dolby atmos dass ich noch mal eine dolby atmos version raus bringe die sich dann auch phänomenal anhören wird sehr egal ja wenn ich das sind schon mal sehr gute voraussetzungen für einen guten start ins echte leben und natürlich auch in diesem podcast ja wir haben glaube ich heute übrigens mir jetzt auch sehr gut falls ja okay ja das interessiert hier niemanden von dem her erstmal spaß von dem her würde ich sagen wir gehen einfach mal die themenliste durch oder ja schließlich haben wir wieder mal eine menge 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 zu besprechen ja wer macht die themenliste soll ich die gleich mal anfangen oder ja mach okay also ganz am anfang haben wir mal den einsteiger macbook pro ist der gut schlecht schauen wir mal apple pfuscht mit der dolby atmos zum schlechten ich weiß auch nicht was du da hingeschrieben hast aber okay dann firewire kommt protokoll tot und haufenweise studio equipment in millionen höhe kosten unbrauchbar oder irgendwie so ja dann thomas problem mit apple thomas neue kopfhörer will haben geschichten mit thomas ja es gibt wieder jede menge stoff zu erzählen und dann haben wir noch die letzten zwei unser große unser großer apple performance partner erfolg und die film empfehlung ja ja also jetzt bin ich das sehr schnell durchgegangen aber ich glaube das ja jetzt relativ gut oder und we are starting directly in the okay ich höre auf und wir starten direkt quasi ins thema rein mit dem macbook pro denn da wird es interessant denn die industrie ist sauer die ist so richtig stinksauer denn jeder sagt 8 gigabyte für ein macbook pro das 1500 euro kostet war schon immer standard war schon immer standard letztes jahr war es einfach nur mit einem touchbar macbook im alten design diesmal ist einfach das neue design dazukommen aber es ist es ist quasi dieselbe ebene wie dieses alte macbook pro und so gesehen ist es gute display gute neue hülle mit neuen anschließen zu mit zu günstigen prozessor ja überraben das jetzt wird schon langsam kritisch aber zum relativ günstigen preis so ich meine ich habe auch nur 8 gigabyte ram wenn mich jetzt nicht alles täuscht im laptop ja aber wenn du es kannst du auch nicht da rein ziehen also es ist ja stimmt stimmt schon also das ding ist apple hatte hier was eigenes geschaffen mit dem das mit dem ihrem gemeinsamen arbeitsspeicher was unter umständen so viel schneller also durch die ganzen funktionen des m1 chips und so also durch die apple silicon chips hat der apple sowas wie zum beispiel jeder taktschlag schaut genau darauf dass ram immer nur da drauf was drauf ist was halt eben benötigt wird dass es das macht halt die performance extrem viel höher und lässt manchmal auch oder ziemlich oft sogar die 8 gigabyte so sich verhalten wie ein 16 gigabyte laptop aber dennoch inwiefern ich das jetzt gut heiße für so ein pro gerät besonders die hohen preise sind halt scheiße auf 16 jahre immer dasselbe ja die preise beäppelt das ist kleine kleine spa höh wie ich das in österreichisch sagen würde von dem her ich meine ich würde gerne macbook besitzen allerdings das geld und alles ist ja ja ich kann jetzt nicht so viel ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen weil ich nicht so viel ahnung habe von laptops generell was ich nur sagen kann ist also das ist ich schweife jetzt tun wir wirklich halt ich schweife jetzt wirklich vom thema ab komplett und zwar bei meinem laptop gibt es eine sache ein material was mich so was von zugleich weißglut bringt und zwar ist das einfach soft plastik kennst du das soft hart plastik das ist ein material was sich sehr sehr gut anfühlt ja aber irgendwann fängt das richtig zum kleben an ja ich habe da weiß ich wie oft ich schon über diesen über diese fläche drüber geputzt haben mit wasser und so also nicht mit mit echt mit mit viel wasser sondern halt was die nase stuch und so ja das geht nicht mehr weg das ist einfach wie ein bissel ein klebeband du bleibst daher ja das ist ein naja egal nur so viel dazu ja ja klar weiß ich was darauf antworten ja am besten gar nichts ist ja es ist ja auch wichtig und richtig dass ein tag seit fast 2000 euro laptop von windows da so ein scheiß plastik besitzt ja fühle ich fühle ich zu 150 prozent ja gut also ich sag mal so die thematik ist halt relativ umstritten ich würde tatsächlich sagen dass das macbook pro bis auf die 8 gb eigentlich sehr gelungen ist dieser standard konfiguration da ist ganz einfach zu einem günstigen chip für eine ganz in ordnung leistung für die nicht profi nutzer quasi ein neues paket bekommen mit gutem xdr display und so weißt du mit sdk dass du kommst jetzt günstiger an dieses neue design ran und das ist gut ja das fühle ich ja ja ich finde halt irgendwie schade dass das halt dass das ja ich habe das gar nicht realisiert dieses jahr weil ich habe auf twitter so ein bisschen herumgescrollt und sehe plötzlich so das macbook von anfang des jahres also macbook pro von anfang des jahres der dachte mir okay moment die haben ja gerade vor kurzem erste neues rausgebracht das heißt dieses jahr in einem jahr zweimal das macbook pro abgedatet es ist mir gar nicht das war mir ist mir gar nicht aufgefallen also ist es nicht irgendwie komisch wer nicht eigentlich nicht also keine ahnung ich kann das nicht beantworten ich bin ja auch gar nicht da schon die m2 variante jetzt dieses jahr rauskam oder nicht letztes jahr naja das ist kam dieses jahr kamen doch eigentlich vier macbook modelle raus also vier macbook pro modelle das muss ich jetzt mal ganz kurz nicht auch glaube ich ja fast gar nicht macbook pro 20 23 moment wann kam das raus weil irgendwie das war für mich irgendwie komisch dass eigentlich weil das habe ich glaube ich joker in einem joker video gesehen in diesem gewinnspiel video ja natürlich 2023 das ist ja alles in diesem jahr rausgekommen einmal mit diesem ok ok das ist jetzt also da muss ich dir ehrlicherweise sagen keine ahnung ob das wirklich nötig war aber ich bin halt auch kein pro user also von dem her kann ich sowieso ja nichts wirklich sagen ja ich muss noch mal nachschauen ich bin ich gerade in der apple presse seite ich schon mal nach ja ich habe irgendwo im internet geschaut also von dem her hoffe ich mal dass es 17 januar 2023 macbook pro mit m2 pro und m2 mac du hast recht ja 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 denke ich mir ja aber warum sie die haben diese neue ganz space spacey farbe erfunden also nicht erfunden darauf gepackt deshalb deshalb gleich ein neues macbook modell komplett weiß nicht über den haufen zu werfen was vor keine ahnung zehn monaten rausgekommen ist die werfen ja nichts auf dem haufen die haben ja nur ein chip geupdatet und noch eine weitere farbvariante zugefügt so weißt ja schon aber das ist halt ja also ich meine keine ahnung für für alle bestehenden kunden die sagen ja okay jetzt ich würde eigentlich gerne mehr m2 macbook haben die karriens jetzt kostenlos also nicht kostenlos aber kosten niedriger weil jetzt natürlich nicht aktuell zum modell ist und ja und das macbook pro an an sich ist ja gleich geblieben nur ein prozessor drinnen und ja und hat noch eine tolle demo das iphone 15 pro filmen kann ja ja genau okay wollte ich noch fragen sieht man mich eigentlich eh auf querformat weil das ist auf disco irgendwie so komisch ja ich sehe ich perfekt keine sorge okay weil das ist bei mir irgendwie so in in hochformat ist es ist schon irgendwie komplett beschissen aus ja keine ahnung also bei mir ist perfekt in querformat also ich bin sowieso immer mehr also ich kann hier nichts drehen sehr gut ja ja passt okay dann würde ich sagen nächstes thema kommt zu nächsten thema und zwar ist jetzt rausgekommen jetzt vor paar tagen dass apple naja doppelte rendit zahlt für dolby atmos in ihrer apple music das heißt dass man als künstler doppelt viel geld bekommt wenn man in dolby atmos hoch lädt und jetzt decken sich viele künstler wie geil ist das jetzt veröffentliche ich so richtig schnell in dolby atmos jetzt kommen alle künstler hinterher und wollen den dolby atmos veröffentlichen sagen wir mal so das problem ist leider der bleibt bei irgendwas anderem bitte außer martin garricks der bleibt bei irgendwo anderem irgendwas anderem na der wird bald auch umsteigen glaubt mir das problem ist jetzt jetzt kommt mir nicht das ganz große aber so toll wie das auch ist das apple natürlich dolby atmos pushen will geht der schuss nach hinten los da wir schon jetzt haufenweise songs haben die einfach scheiße ab gemixt worden sind und wo die dolby atmos version sich zum zahl schlechter anhören als die eigentlich normalen stereo version von diesen songs ja das ist wirklich so und da gibt es einige die da zum beispiel wie von der nelly fortado dieses millimeter wo da wirklich alles in den stereo können ist mit so bisserl gesang in den surround mehr auch nicht aber es hört sich scheiße an deutlich deutlich schlechter als in der normalen stereo version du hast ja mehr du hast du mehr irgendwie hall also über die airpods jetzt zum beispiel mehr hall in diesem sinn also mehr räumlichkeit aber zu weit vorne und zu weit stechend scharf und danke und das und da haben wir auch das problem denn somit setzt apple mehr auf quantität als qualität denn viele kürzer wäre oder es werden einige kürzer sich nicht darum kümmern wie man richtig dolby atmos abmix und das ist leider schlecht richtig schlecht für den kunden und ja natürlich weil der kunde natürlich ein ein schlechteres endprodukt hat und dann eigentlich sogar ich weiß nicht im schlimmsten falle sogar plattform wechsel ich meine ich keine ahnung vielleicht ist es völlig völlig an den haaren herbeigezogen aber es können natürlich auch ein grund sein so du willst extra irgendwie dolby atmos surround sound dieses jenes ananas und dann kriegst halt ein chance geliefert so das ist halt dann auch ein bisschen ich meine spotify kunden das wird denen wahrscheinlich nicht so stark auffallen also mir also spotify kunden wird es gar nicht auffallen denn die spotify kunden die haben überhaupt keinen zugang zu dolby atmos da spotify das noch nicht erbracht hat die spotify kunden die haben ja nicht mal lossless audio stimmt das ist ja überhaupt das beste ja ja also apple ist da nach wie vor so quasi der angeber von allen die sagen wir haben ich weiß nicht 192 kilohertz ich weiß nicht ob title ich weiß nicht ob title nicht auch auch sie haben auch aber ich glaube sie haben kein 3d audio wenn ich mich nicht täusche aber sie haben sie haben ja es kann sein sie haben aber high res lossless ja auch übrigens ne ist auch toll von meinem verleger tun chor nicht verleger distributor wenn ich meine datei mit 192 kilohertz und 24 spitz schicke zu denen dann landst du in apple music mit 44,1 kilohertz mit 16 bit ich weiß nicht was da machen aber es hieß eigentlich dass wenn man sowas macht dass das auswirkungen auf die audioqualität hat und zwar im negativen sinne also verstehe es nicht kann ich nur ja sagen oder nein sagen ich hast keine ahnung wovon ich rede also die sample rates und die bit tiefe waren zum beispiel bei mir in allerersten veröffentlichungen von diesem id one also quasi dieses erste test war was soll ich sagen also also ist die bit tiefe und die abtastrate quasi ganz oben also bitttiefe 24 spitz quasi das ist quasi ein guter standard und die abtastrate auf 192 kilohertz was diese datei wahnsinnig hoch auflösen macht und das problem ist jetzt leider das tun cord das runter schraubt und da quasi wie eine schere ansetzt und mir haufenweise erstmal bit tiefe abschneidet aus dem ding und auch dann noch haufenweise an abtastraten weg sperrt es genauso wie wenn du ein von einem 120 herz video das ding in 24 herz video also timeline reinstellen fallen einfach so viele zwischen bilder weg und so ist es auch in diesem sinne und das sind und dabei können fehler entstehen und ich verstehe nicht warum die unkord ist nicht einfach mit high res lossless schickt das wäre ja schön auch für die schön anzuschauen gewesen für die ganzen dinger widersteht high res lossless story atmos aber gut das ist zu technisch ja also da ist apple weil es schon ein bisschen kritisch schnell also man sollte sich definitiv die zeit geben so gute story atmos zu produzieren aber das doch gar nicht so schlimm was apple mir nicht vor ein zwei jahren gemacht hat was ich jetzt erst erfahren habe was ja wirklich katastrophe ist denn für viele in vielen jahren gab es ja feier war ja als connector also als anschluss für den mac und das seit den 30 jahren bis zu 2013 ungefähr oder so also bis zum macbook pro 2013 oder haben auch andere max max systeme und dann ist feier war ja als port also als physischer anschluss verschwunden gut das ist jetzt kein problem denn zum beispiel beim macbook er habe ja zum beispiel auch keine normalen usb-anschlüsse aber ich kann über ein adapter die usb-anschlüsse kann ich usb-geräte anschließen das geht auch mit firewire connectoren denn die firewire geräte die können einfach über einen adapter dann an usb-c-port oder an usb-port je nachdem was man verwenden will und jetzt denkt man okay das ist ja schön gut und wo liegt das jetzt das problem also ich brauche halt nur einen extra adapter ja das hat man jetzt auch für die letzten zehn jahre gemacht also haben viele studios auf adapter umgestellt aber dann kam mac us monterey und hat ein paar zeilen an code die zufälliger weise die firewire protokolle sind herausgelöscht apple hat die firewire protokolle die wirklich nur ganz ganz wenig waren vom insgesamt mac us haben sie aber raus gestrichen sie hätten sie locker drin lassen können aber sie haben sie raus gestrichen und haben damit haufenweise an audio interfaces prozessoren und dies und das unbrauchbar gemacht und für tonstudios ist es katastrophal eine meisterleistung ja wirklich das du musst dir vorstellen ich glaube dieser code passt auf eine halbe din a4 seite ich glaube schon also so habe ich sie aber welche schriftgröße ist immer fraglich welche schriftgröße normal und schriftgröße also ich würde sagen mal zwölf pixel ja auch nicht punkt 12 punkt das ist pts oder so oder ist es beim mac auch so pt ja pt keine ahnung punkte pixel keine ahnung scheiße punkte 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 ja auf jeden fall das ist doch schon ordentlich und da muss ehrlich sagen wenn das ist das ist gegen kreativität und apple kann also noch was mit innovation sagen nee ist nett denn du nimmst anderen leuten in dem innovation weil zum beispiel diese audio interface und so weiter die halten ja ewigkeiten lang und dass diese jetzt nicht mehr betrieben können betrieben werden können wegen einem protokoll standard jemand hätte einfach drin lassen können ist eine katastrophe für die musikindustrie eine katastrophe und leute haben sich daran gesetzt haben vielleicht haben versucht diesen koti da einzubringen ging nur mit halbem erfolg make us die ich danach sehr instabil ich verstehe es nicht also ich das ist also manchmal denke ich nur noch wie kann so was sein also da stetze ich mir natürlich auch die frage wann wird apple den support für usb 2.0 trocken also diesen andere das ist ja nicht der richtige usb-anschluss sondern das ist ja dieses ja andere formen an usb dann werde ich diesen wenn die das trocken würden würde meine audio interface auch nicht mal klappen dann könnte ich meine mikrofon nicht mehr betreiben müsste ich mir ein neues audio interface holen danke dafür 100 euro für den müll ist wirklich so andere studios haben haben schäden innerhalb von mehreren zehntausenden von euros erlebt ja sowieso sowieso ja also man kann hoffen dass die nächste mac us version oder das nächste update ganz einfach muss ja nicht eine voll großversion update sein aber dass die das wieder schnell ist zurückbringen werden und aber das sieht nicht so danach aus und ich finde die dafür müsste schon mal schon eine ordentliche sammelklage einbringen am besten das europäische gerichtshof kümmert sich darum denn kann apple keinen mund mehr aufmachen und dann müssen sie wieder reintegrieren denn das ist halt wirklich absoluter müll die sagen usbc ist für alles da unterstützt alle protokolle nein feierbar ja nicht mehr danke dafür immer gerne ja es ist apple ist ein bisschen nach also finde ich oder also apple lässt ihnen so gesehen nach aber nicht weil sie es nicht können sondern ganz einfach weil sie es nicht wollen ja ja habe ich auch unter anderem auch also wie soll ich sagen was apple auch sehr vernachlässigt sind erstens einmal und das betrifft jetzt nur meine meinung ich weiß nicht wie das bei euch ist es geht um generell ein paar apple produkte die ich einfach nicht verstehe zum einen ist es eben der homepod ja jetzt gibt es diesen homepod und ich weiß der ist eigentlich nur für apple music und so und das thema hatten wir glaube ich schon mal allerdings ist es halt mich für mich fraglich wieso dann dieses spotify thema und 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 keine ahnung diese integration mit ein paar mehr musik apps und so warum das eigentlich nicht hinhaut oder so und ich weiß dass spotify und apple an sich diese riesigen konzerne nicht wirklich wie soll ich sagen freunde sind aber es ist doch nicht so es kann nicht so schwer sein einfach eine ein bisschen eine schlechtere wie soll ich sagen eine schlechtere lösung als apple music zu bieten dass man einfach sagt okay man hat ein unterbrechungsfreies hören über spotify und das that's it ja und dafür als schlechtere qualität und alles aber ganz ehrlich das ist ergibt halt irgendwie für mich keinen sinn ja und ich weiß ich habe einen fehlerkauf gemacht und ich habe verlust gemacht und bla 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 brauchst mir alles nicht erzählen aber es ist halt es nervt mich halt einfach nicht verstehe es nicht so apple das so vernachlässigt vernachlässigt so also das ist mal das erste produkt wo ich mir so die frage stellen just why also bei mir ist ja genauso also den home port nutze ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr nicht mal für wecker das macht man apple was jetzt ja ja eben eben ja genau und du sagst ja eh auch immer die siri zum beispiel das ist was ist das brauch ich kann mit dass er nichts machen und wenn ich dann sagt es ist er mit dem neuen update ist es wieder ein bisschen anders aber wenn du zum beispiel sagt keine ahnung von jerry dann kann ich mal eine philips use 10 oder anderes aussehen und dann newy noch mitgemerkt oder execan und dieser apple home kit app da will ich erst gar nicht anfangen weil das ist also da wirst du echt deppert also das ist wirklich schwierig ja 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 siri ist generell nicht so gut drauf weil ganz einfach siri keine server die sie abfragen kann wegen datenschutz gründen der platz limitiert gehabt sie haben ja am anfang tatsächlich serie sogar sowie amazon alexa entschuldigung fürs hochstoßen so wie amazon alexa haben hat apple quasi die mit server verknüpft und dann haben sie auf einmal gesagt die datenschutz datenschutz und dann wurde sie richtig auf einmal dumm ja genau genau aber ganz ehrlich das ist trotzdem ein schlechter witz die ich weiß nicht wie lange gibt es hier schon seit dem iphone 4 das ding ist du hättest ja auch haufenweise weißt du machst du mal iphone speichern noch mal und generell alles speichern noch mal ein bisschen mehr größer oder so oder oder ne ganz einfach du jeder kunde kriegt die option ein gesamtes siri paket herunterzuladen so gesehen mit quasi so eine komplette machine learning siri oder keine ahnung was also eine template quasi die jeder für sich herunterladen kann jeder wie er will es gibt auch leute die nutzen das gar nicht weil sie darauf keinen bock haben und dann könnte man das und intelligenter machen wegen onboard halt eben onboard processing und sowas aber als er jetzt gab nachgeschaut die serie gibt es schon seit vierten oktober 2011 ja ja extrem alt ist da fragst du dich echt was in 13 warte 2011 bin ich 12 jahre komplett blöd 12 jahre danke was in zwölf jahren eigentlich passiert ist ja also ganz ehrlich jetzt mal so aber das ist und die home app das ist auch seine geschichte finde ich ja die ist okay ja also es ist alles schön designt worden es ist alles schön smooth es funktioniert alles nur es ist trotzdem für mich als philips hue mensch und ich bin halt mehr zu alexa hingezogen als zu jerry ja also du kannst sagen dass das nur in englischsprachigen raum was ach so stimmt das ist ja nur egal jetzt bin ich ein bisschen rausgekickt worden aber ist egal kein problem so ich bin ein bisschen aufgeschmissen mit dem home kit system so ich bin da mehr bei alexa und so weil i don't know es ist ich finde das irgendwie alles von dieser alleine die szenen von philips hue auf home kit zu stellen das irgendwie zu blöd das einzustellen oder ich dachte mir geht das nicht automatisiert nein das ging tatsächlich nicht automatisiert weil ich hatte mindestens fünf bis sechs szenen eingestellt auf philips hue also halt in seiner bibliothek sowie auf spotify halt aber das hat sich weder mit also es hat sich überhaupt nicht synchronisiert so i don't know was was ich dachte nämlich dass die integration so ziemlich gut sein sollte eigentlich von sowas bei der home app na gut also aber du bist ja live erfahrungs nutzer deshalb hast du mehr ahnung als ich es ist halt meine es ist halt meine erfahrung es kann natürlich bei euch anders sein aber ganz ehrlich ich bin wirklich kein freund von dieser serie und home geschichte kein plan das nächste thema betrifft die airpods ja das ist jetzt aber nicht die airpods wo millionen und milliarden leute die airpods besitzen sondern es geht um die airpods max insbesondere denn es ist schon es ist ja nichts neues dass lightning anschluss verbaut wurde es ist nichts neues dass es kein klinken anschluss gibt es ist nichts neues dass diese kopfhörer schwer sind und alles aber was ich wirklich bis vor einem monat oder so überhaupt nicht begriffen habe ist wie schlecht die eigentlich umgesetzt wurden diese airpods und das ist jetzt ein hot take ich weiß aber dieses kopfband da müssen wir ganz kurz darüber reden es ist weiß ich nicht was man sich dabei gedacht hat aber dieses kopfband ist angenehm vielleicht ein zwei jahre ist es angenehm aber dann oder bei mir ist es halt schneller weiß nicht ausgeleiert dieses kopfband aber dieser stoff der da oben verbaut ist der ist zwar sehr robust allerdings ist dieses kopfband bei mir jetzt ausgeleiert ja das heißt ich habe das versucht mit warmem wasser weil das kannst du ja diese elektronischen teil bauteile kannst du ja weg geben und dann nur das kopfband waschen habe ich alles gemacht es bringt genau gar nichts also dass dieser stoff ist einfach ausgeleiert und in endeffekt musste dann auf amazon um zehn euro oder so so ein kopfband teilchen kaufen und da frage ich mich was hat man sich dabei gedacht dass das also das hat sicherlich niemand getestet oder so bei apple es kann ja nicht sein die kopfhörer müssten ja keine ahnung fünf zehn bis fünf bis zehn jahre weil ich nicht halten weil du kannst die diese ohrmuscheln wechseln also nicht die elektronischen teile sondern diese stoff die ohrpolster kannst du tauschen du kannst weiß ich nicht das aluminium und alles das ist ja so das hält ja ewig ja alles kopfband hätte ich echt nicht geglaubt dass das wirklich so ein fail ist bin ich ganz ehrlich und da hat apple wirklich nachgelassen ja und wo ich noch irgendwie ausholen muss ist dass die airpods max eigentlich dafür gedacht sind ich habe auch den podcast von sam cole und von diesem von john prosser gehört mehr weil sam cole hat dasselbe problem also bei jenius podcast heißt es glaube ich jenius bar podcast und sam cole hat dasselbe problem wie ich ja dieses kopfband ist es ist hat ist einfach ausgeleiert mit der zeit und er hat sich dann halt sein plastik silikon teilchen dazu genommen oder eigentlich dazu gekauft und er hat gesagt es ist okay ja es erfüllt seinen zweck aber es schaut halt beschissen aus so und ja es ist und und was er noch gesagt hat was ich eigentlich worauf ich eigentlich zu sprechen kommen will ist dass er vermutet dass apple diese kopfhörer eigentlich personalisierbar hätte machen wollen das heißt dass man nicht nur die ohr diese ear cups austauscht also diese ohrpolster sondern eben auch das kopfband und die ohrmuscheln dass du einfach das separat bei apple kaufen kannst aber das haben sie dann wahrscheinlich im letzten moment über den haufen geworfen und somit sind wir jetzt bei dieser mehr oder weniger schlechten lösung dieser kopfhörer also ja es ist echt fraglich was man sich dabei gedacht hat und ob man sich das überhaupt angeschaut hat in zukunft so und deshalb habe ich mir auch neue kopfhörer gekauft also nicht nur wegen dem kopfband weil er hätte ich gleich weiß nicht um fünf euro oder sowas kaufen können auf amazon sondern eben auch um diesen usbc anschluss und so dass er fehlt und und der klinken anschluss das ist irgendwie mir irgendwie das hat mich immer schon genervt dass dieser dass dieses kabel separat erhältlich ist und 40 euro habe ich für dieses kabel bis heute nicht ausgegeben weil es nicht eingesehen habe ja sorry fürs aufstoßen jetzt muss ich auch aufstoßen das ding ist so ja das ding ist ja auch das tatsächlich das ja selbst mit kabel wahrscheinlich es halt immer noch so ist dass haufenweise computation und audio dahinter steckt das heißt professionell hätte man es eh nicht nutzen können weil zum beispiel was bei mir bei den airpods haben ist wenn ich bisschen im dort zu sehr also im musikprogramm zu sehr bass aufdrehen dass er dann auf einmal irgendetwas runter regelt und die weiß absoluter bullshit ja eben ja also man kann ja nichts sagen die airpods sind wirklich wunderschöne kopfhörer also das ist wirklich super verarbeitet und 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 schaut wirklich absolut gorgeous aus dazu noch das sind ja auch gut mit diesem dolby hatten was ist ja auch wunderbar natürlich natürlich dagegen kann man echt nichts einwenden aber es ist halt einfach sind so sachen bei apple mittlerweile der denken einfach so schast lasst es einfach wenn das einfach eine halbe geschichte ist das ist einfach das kann die konkurrenz ist tut mir leid wenn ich das sagt das kann die konkurrenz einfach besser ja also das ich meine wobei ich auch sagen muss bei den sony w h 1000 x m5 alleine der name ist beschissen aber der wollen darüber wollen wir gar nicht reden sein einfach viele dinge sind so auch bei den sonys kacke gelöst wo ich mir denke ganz ehrlich das ist unnötig gewesen dass es gemacht hat aber okay also das fängt an bei keiner bei der app also die app ist wirklich unübersichtlich es ist irgendwie ein veraltetes android design es ist alles irgendwie versteckt und verwinkelt und die farben ich meine ja über farben kann man sich vermutlich streiten aber trotzdem farben technisch ist es auch relativ veraltet ja das ist so ein limone gelb oder so so ein bisschen bräunlich es ist so pastell mäßig halt das ist so das geringste problem bis vor kurz also bis gestern hatte ich eigentlich das problem dass bei der einen ohrmuschel weil die kannst du ja per touch bedienen dass immer wenn ich die berührt habe immer so ein kleines geräusch kam dass ich da angekommen bin oder so also nicht ein unangenehmes geräusch sondern einfach dass ich irgendwie dieses touchfeld berührt habe weil das übernommen wurde von dem lautstärke von dieser lautstärke stärke regelung wurde aber per update behoben ist aber auch unnötig dass das überhaupt möglich ist und was ist mir noch negativ aufgefallen genau das material ja ich will ja nicht sagen die kopfhörer sind super hochwertig und alles als material von den schwarzen und blauen glaube ich weil die blauen haben auch sind soft touch soft plastik material wo ich mir auch die frage stellt wieso hat man sich zum teufel auch dieses material ausgesucht und nicht gesagt man nimmt ein schönes schönes hochwertigeres plastik was halt schön glatt ist und was halt auch keine fingerabdrücke oder so anzieht wo man halt die kopfhörer beim insbesondere beim aufsetzen beim absetzen halt wirklich bei den ohrmuscheln anfasst oder angreift ist besser ja das sind so sachen da kann natürlich apple wieder punkten weil sie ja alles ausgesetzt hast beim bei den bei den sony hat der apple quasi gut gemacht eine gute soft integration gute materialien so genau ja also genau jeder bei jemals halt in einer anderen stelle weißt das ist genau das problem und 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 was mir auch aufgefallen ist zum beispiel ich habe die switch auch mit dem leiten mit dem lightning anschluss mit dem klinken anschluss oder mit dem klinken kabel eigentlich verbunden und das ging auch super easy bei den airpods es ist sound qualitätstechnisch bist du naisch also da glaubst du hast wirklich irgendwelche china fake wisch kopfhörer auf weil es ist irgendwie sein komisches ganz hochfrequentiertes nebengeräusch also zu hören was auch ein bisschen unangenehm ist insbesondere in den kleineren airpods die logischerweise besser sind so ich bin ganz ehrlich also ich bin bei manchen dingen was das thema apple anbelangt natürlich ziemlich enttäuscht ja 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 wo ich natürlich ich muss natürlich ein bisschen weiter reden es tut mir leid ja klar es geht natürlich auch ein bisschen weiter und zwar ist es auch geht es auch hier ein bisschen um das iphone zwar nicht direkt um das gerät weil es ist ja super da kann man nichts sagen aber für den apple apple fanboy also ja jetzt habe ich wieder einen punkt das nicht für dich weil du bist ja auch den apple fanboy aber für die ja fanboy jetzt mal dahingestellt ist ich bin fan von bestimmten produkten aber nicht von der gesamten firmenpolitik ja ja genau so ist es ja ja was ich sagen wollte ist das thema hüllen haben wir schon besprochen ich weiß ich rede es dort zum an weil das einfach so eine riesige liste ist die mir irgendwie in den sinn gekommen ist und da geht es hier einfach um dieses zubehör ja das clear case habe ich ausprobiert so ein paar monate jahrelang keine ahnung und es ist mir wirklich eigentlich während der usa reise kaputt gegangen also es ist jetzt nicht zerbrochen oder so als ist halt immer hässlicher geworden mit der zeit und das ist halt also es wurde nicht gelb es ist einfach nur eine gewisse beschichtung die das ganze transparent macht oder so einfach weg gebröckelt bei insbesondere bei den lautstärke wippen und beim einschalt bei der einschalttaste weil es wie viele schon wissen einfach ein material ist was du nicht leicht reindrücken kannst also diese clear cases das sind wirklich so hüllen und das wissen wahrscheinlich schon alle weil die gibt es ja schon seit dem iphone 12 also schon seit 2020 aber das ist wirklich du drückst rein und eigentlich drückst du mir mein nagel fingernagel rein ja nicht nicht mit dem daumen weil es tut dann wirklich weh wenn du reindrückst das ist einfach so du musst eigentlich das mit dem nagel machen weil der mehr widerstand hat als die haut jetzt was ich meine ja ich meine du hast du hast ja die also bei deiner mutter die selbe hülle eigentlich oder ja definitiv ja damals gekauft ja und das ist so das eine ding dann ist unten diese aussparung bei der unteren kante wissen wir auch alle beim laut sprecher beim laut sprecher beim mikrofon und lightning oder usbc anschluss was gibt es sonst noch genau die silikonhülle die blättert ab die wieder einfach mit der zeit kaputt also da ist das silikon einfach keine ahnung hat schlechte qualität da fragt man sich auch was da passiert ist bei der entwicklung oder keine ahnung was man sich dabei gedacht hat oder so dann die feindworfen geschichten die sind auch lieblos hingeklatscht es fängt an mit den überteuten mit den überteuten feindworfen wallets und geht bis zu dem apple watch armband also beim wallet ist einfach nur der preis und das halt das nicht so toll ausschaut mit der zeit dann dann die feindworfen hülle die zerkratzt halt irrsinnig schnell das ist halt noch viel schlimmer als beim leder case und das sieht man auch diese kratzer und apple watch armband für 100 euro kriegst du ein armband was sich dann in der jacke oder im pullover oder so einfach löst also das wird immer lockerer und du musst es halt ständig nachziehen und das hat jetzt ein youtuber reingezoomt ausprobiert videos gemacht und er hat gesagt er wird wahnsinnig er muss ständig nachjustieren und es geht ihm einfach auf die nerven das hat er dann wieder retourniert zu apple weil das konnte er sich echt nicht geben also das ist wirklich da wurde einfach obwohl die apple watch mein lieblingsprodukt ist da wurde einfach gespart gespart oder weiß ich war das eine armband oder wie ja das war eine armband ja und das ist auch das kann es nicht sein stell dir vor dass eine 800 euro apple watch ja sie willst nur mit lt und allem drum und dran verlierst du wegen dem apple watch armband das auch 100 euro gekostet bist du bei ja auch 800 900 euro so das ist halt auch ja das sind so dinge da frage ich mich echt das immerhin und die ipad geschichte die wiederhole ich jetzt ganz sicher nicht weil das wissen eh alle das ist mehr als eine katastrophe und ich hoffe wirklich dass 2024 apple daher kommt und sagt ja wir strukturieren diese komplette ipad dieses komplette ipad line up komplett um von vorne bis hinten von strich und fahren also wirklich alleine dass sie deine apple pencil einfach so gedroppt haben ohne irgendwas wirklich großartig anzukündigen oder so oder weiß nicht wieso hat man sich das nicht einfach aufs nächstes jahr auf das ipad event oder so oft um keine ahnung ich kann unwichtig ich kann es dir nicht sagen ich kann es nicht sagen was ist so unwichtig war es ja es war komplett unwichtig mein was juckt mich der apple pencil mit usbc anschluss ich mein oder anstatt dass ihr einen magnet anschluss da verbaut verbaut sie da ach komm also ganz ehrlich das ist wirklich die der allergrößte gipfel finde ich diese ipad debatte ja ja will haben ja habe ich versuche ich jetzt meine airpods zu verkaufen und da bilden sich oder das sind sehr sehr viele leute die glauben ich gebe die airpods für 180 euro her so obwohl die 600 euro gekostet haben da denke ich mir wirklich ob sie denen ins hirn geschissen haben also entschuldigung für diesen ausdruck aber das ist halt wirklich das kannst du nicht machen ja dann habe ich zurückgeschrieben wie soll ich gleich gratis und ein anderer hat behauptet ich verkaufe fake airpods max weil ich die seriennummer nicht hergeben wollte aber das macht man nicht weil man dadurch was ich im internet gelesen habe kann man steuerbetrug machen theoretisch gesehen und die hat mich dann die ganze zeit abgefuckt die habe ich dann eh blockiert aber das ist wirklich also das ist wirklich nervenaufreibend darauf viel haben oder auf ebay klein anzeigen oder mittlerweile heißt es ja klein anzeigen aber na das ist da weiß ich echt nicht mehr was mit manchen menschen los ist also ich mein weißt du dass das coole ist ich hatte gestern die airpods max reingestellt und nicht mal zwei stunden später hat sich ein interessent gemeldet der aber leider heute corona bekommen hat dann hat er mir geschrieben hat gesagt ihr kann leider nicht vorbeikommen und somit ja habe ich ihm nur mehr gute besserung gewünscht und mehr kann man dann auch nicht mehr machen das ist halt schade aber das ist halt dann einfach so ja naja naja das war's so zum thema will haben geschichten und eigentlich meine große sprechblase in diesem in diesem podcast aber ja gehen wir weiter zu unserem großen apple performance partner erfolg janik jetzt bist du wieder lange ja also das ist ja was wirklich wahnsinnig tolles denn ich weiß es jetzt nicht ob das jetzt von unserer zuschauerschaft kommt oder natürlich auch was schafft oder von wem das kommt aber wir konnten schon ein bisschen wert einspielen und ein bisschen geld einspielen über die affiliate links zu unseren film und musikempfehlungen die wir jede folge machen dazu auch noch gleich wieder neue empfehlungen die diese muss übrigens auch noch schnell gleich updaten denn ich weiß noch nicht was empfehlen auf jeden fall haben wir schon 1 euro 35 raus bekommen und dafür wollten wir uns sehr herzlich bedanken für diesen riesigen erfolg dass wir 1 euro 35 gemacht haben vielen vielen dank für die blumen vielen dank für die money and let's get started let's get further with the show ja okay und warum wir das übrigens warum wir das aber auch sagen ist einfach um transparent zu sein ne das ist ganz wichtig richtig 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 ja natürlich transparenz ist das a und o ja das was viele firmen natürlich nicht können also also generell also wir bekommen wir sehen wie viel wert an im allgemeinen darüber über uns geflossen ist und davon bekommen wir erhalten kleinen prozentsatz ab und wenn ich jetzt mal so nach schaue noch mal ne dann ich sage es ist eine ich sage es ist eine wurstsemmel geht sich damit noch nicht aus noch nicht was ich nicht weiß was war seine wurstsemmel ist das ist ein ja ich weiß was ein semmel ist oder eine semmel ist ja ich glaube ich darf schon alles gut und drin ist halt extra wurst und für die leute die es extra lecker haben wollen mit gurkerl innen drinnen also essiggurken richtig geil und dann noch und dann noch ein alm dudler mit dazu dann ist dieses dann ist das menü komplett dann ist wirklich feierabend das ist wirklich die kombination mutsches gerassias na das ist eigentlich wo und bonissimo bella tut also das mit den sprachen sollten wir in zukunft lassen ich glaube das wird nichts mehr ja also ich will das noch mal hier zu zeigen nochmal denn genau also wir haben also insgesamt am wert ist über uns geflossen dran 20,38 warten wir jetzt muss noch mal schnell was schauen aber das rejected tatsächlich nicht da habe ich das neues gesehen die da wurde nicht okay also genau wie es euro genau also über uns liefen 27 euro 72 und payout ist halt 1 euro 34 ja das waren schon ein paar alben und und vielleicht ein waren es auch die eltern oder so als meine waren es definitiv nicht weil denen habe ich noch nicht erzählt muss ich dann noch ja meine eltern war es ja auch nicht so gut ja gut ja gut ja gut ja ja also das ding ist das ding ist tatsächlich es macht sogar für uns beide mehr sinn über diesen affiliate link filme oder serien zu kaufen weißt du so aber die dann quasi verkünstigt bekommen da wir ja wieder ein teil des geld zurückbekommen ja schlau geht das werde ich mir merken das werde ich mir wirklich mehr also über apple tv weiß ich halt nicht weil ich will über apple tv ein film kauf ein film kauf ein film leihen und das ist halt dann ein bisschen schwierig glaube ich muss halt das ding ist an deinem computer kannst es machen du brauchst halt eben du musst halt so gesehen über den zugang von der plattform wo wir das alles machen brauchst du halt eben erst mal die afi oder die die diesen code diesen quasi und den fügst dann quasi einen der marketing website von apple und dann kannst du das link abkopieren dann gehst du auf deinem computer dann in diesem link öffnet den dann öffnet sich die website von apple tv und dort kann es dann kaufen gehen muss halt auf dem selben icloud account wie beim apple tv kaufen hast du auch in der mediathek ach so naja dann ist es eher relativ simpel ja ja oder machst halt über dein iphone das ist krass ja oder ipad ist noch besser ja muss ich also falls ich wieder ein film ausleihen muss ich an dich denken und dann schicke ich dir vielleicht eine e-message mal schauen ja und dann musst du da vielleicht mich dann dann schicke ich den entsprechenden link ok genau genau so wird man das machen ja also ist es ein bisschen dann zu unseren film empfehlungen thomas du beginnst denn ich muss noch erstmal meine film empfehlungen finden so also ich fange an mit dem film den ich schon letztes jahr 2021 oder 22 ja wie soll ich sagen empfohlen habe und der ist kein geringerer als bullet train wer bullet train nicht kennt das ist ein film dem muss nicht jedem gefallen aber kurze story also bullet train handelt um brad pitt in dem fall ein ladybug das ist ein auftragskiller in einem bullet train in japan also ist ein hochgeschwindigkeitszug und er muss eigentlich nur eine koffer besorgen allerdings ist das nicht ganz so einfach wie er sich das vorgestellt hat denn es sind noch andere auftragskiller oft in diesem zug und natürlich steigen auch einige in diesem zug wieder ein in den verschiedenen stationen und was ich sonst noch sagen kann ist dass dieser zug nach genau nach irgendeine japanische stadt fahren will und perfekt vorbereitet und ja das ist so kriegt man so eine menge action mit also es ist natürlich schnell geschnitten es ist alles relativ schnell und man sieht sehr viel in einer minute eigentlich aber ich würde mal sagen es gefällt allen denjenigen die gerne actionfilme schauen und ja ansonsten glaube ich gibt es nicht mehr viel zu sagen es spielt natürlich an es spielt natürlich viele charaktere mit die einem definitiv was sagen nicht nur eben brad pitt sondern der regisseur ist im david leach der hat nicht nur bullet train irgendwie ich weiß nicht was macht denn regisseur eigentlich schreibt er den film oder oder erst so gesehen ich glaube erst so gesehen jetzt die die der quasi derjenige der den gesamten film überwacht quasi so gesehen der sagt ja okay so muss die musik sein so muss der film aussehen also quasi also jetzt aus dem beispiel von christopher nolan er ist ja der regisseur von oppenheimer gewesen er hat den film geschrieben er hat also alles selber erfunden in diesem film bis auf die musik also musik hat er natürlich auch gesagt okay das soll in diese richtung gehen aber da aber so gesehen ist er derjenige der den film erfunden hat also er würde ich dann sagen dass derjenige den film erfunden hat ja okay also das ist der regisseur david leach und der hat eben auch m deadpool zum beispiel geschrieben oder der hat deshalb wenn ich produziert oder produzieren laden produziert sagen wir einfach er hat produziert und ansonsten ja genau was ich sagen wollte ist jetzt habe ich wieder die station die station wo der zug hin fährt ist kioto das ist irgendwo in japan also ja das ist halt so ein bisschen ein ganz cooler film muss nicht jedem gefallen aber definitiv eine empfehlung serientechnisch schwierig würde ich jetzt mal behaupten ich weiß nicht welche serien ich schon gehabt habe keine ahnung ich bin überfragt hast du schon ein film weil sonst würde ich nach der serie suchen ich habe jetzt tatsächlich schon einen film ja dann schieß los dann schaue ich mal also der erste film den ich habe jetzt ist eigentlich eher an der musik live film live also so ein live show film und zwar wenn ich das zimmer live in prague den habe ich mir gekauft auf apple tv und das noch mal auch mal noch mal ein anderes erlebnis als eigentlich normal in den streaming diensten denn man sieht tatsächlich auch so was wie reden und so weiter also war es das zimmer so sagt zum publikum die wir diese dinger wurden ausgeschnitten bei der musikalbum aber im film ist alles drin geblieben und mit 5.1 round sound hat sich das alles sehr wunderbar angehört und ja und es war tolles erlebnis toll anzuschauen und das kann man eigentlich empfehlen sehr cool dann die zweite empfehlung ist jetzt tatsächlich nicht in apple tv enthalten sondern ist eine zdf show nämlich zdf magazin royal und zwar die links in folge der die wir mal wieder anders will also besonders der müller milchwitz als den mal gesehen hast ich habe das ich habe das schon mal vorgeschlagen bekommen die das video mit linkedin aber habe ich noch nicht angeschaut ja also ich erzähle mal zumindest einen zwischenwitz der einfach mal so kam und zwar zum thema müller milch denn müller milch hat ja bissel an rechte parteien so wie es in nachrichten hieß anscheinend geld gespendet und deshalb gehen jetzt geht man davon aus dass diese partei rechtsextrem ist ähm ja und ähm ja also nicht partei sondern diese firma rechtsextrem ist also ja da ein bisschen kontakt steht also der vorstand halt eben zu welchen parteien in kontakt stände und ähm ja und da hat jan bümermann also hat jan bümermann sprache versagt schon wieder mal eine müller milch rausgeholt hat die aufgeschraubt und als er dann deckel offen hatte kam irgendwelche hitler reden raus und dann hat er den deckel wieder ganz schnell zugemacht dann war wieder alles dumm hat der deckel wieder leicht aufgemacht dann kam wieder an irgendeine hitlerrede dann wieder zugemacht und dann hat das nah zu seinem mund geführt hat wieder aufgemacht dann kam wieder eine hitlerrede hat es wieder an seinen mund hat dann genuckelt dann war dann wieder alles ruhig und dann hat er wieder abgesetzt kam wieder hitler reden und dann hat er wieder zugemacht und das ja das war anders wild also das muss man also sehr sehr passend sehr sehr passend dass ich nächste woche donnerstag in ein kz lager fahr also mit der schule ja na super kann man laut sagen ich glaube da sollte man jetzt nicht hier schön die zf-magazin realen folge über links in anschauen na ich glaube das ich glaube da flicks schneller raus als als schauen kannst du ja naja ja ja okay also nicht nur aus dem nicht nur aus dieser ähm aus dieser weiß ich aus dieser kz stätte oder wie das da heißt sondern eben auch aus der schule ich glaube das machen wir lieber nicht ja das waren meine empfehlungen ja okay ich habe schon tatsächlich eine und die läuft gerade ja also morgen kommt um 19 uhr schon wieder die neue eine neue folge raus und zwar ist das 7 vs wild start war sowas von klar ja es war natürlich klar aber man musste einfach sagen dieses jahr sind die teams einfach es ist einfach eine unterhaltsame show alleine knossi und sascha ich meine eine bessere kombination gibt es nicht da und auch die die frauen sind super und so also da kann man wirklich gar nichts gegen die neue staffel sagen ich finde so ich meine ich habe auch schon sehr viele kommentare dazu angeschaut wie die andere leute das finden die haben gesagt ja auf twitter sieht man natürlich nur ja ist urscheiße die serie das ist ja schaß und dieses also da denke ich mir auch nur so okay ja aber da muss aber auch sagen dass da von leuten die da beteiligt waren selber aber krach kam also das war nicht so harmonisch wie ich wie man jetzt eigentlich annehmen würde also ich ja das stimmt es war es gab ein paar auseinandersetzungen also auch unter knossi und fritz glaube ich dass da ein bisschen was ich nicht irgendwas mit dem stream war auch einmal was ich mitbekommen habe und so aber alles in allem was man jetzt das endprodukt sieht und was man auch in behind the scenes sieht das ist so viel technik und so viel geiles zeug was da zum filmen benutzt wird also drohnen und kamera kamera gimbals und die neuesten gopros zu der zeit zumindest also die gopro hero 11 und die gopro hero 12 war natürlich nicht draußen also von dem her kann man es irgendwie entschuldigen aber die qualität ist einfach so viel besser im vergleich zu den letzten jahren weil damals hatten sie ja nur die gopro oder die gopros und jetzt haben sie ja den camcorder und sie haben eine night vision kamera und sogar wild kameras haben sie also das ist einfach herrlich zum anschauen also egal wer auch trimax habe ich komplett unterschätzt ich habe den typen eigentlich nie wirklich gefeiert und nie geschaut aber wirklich in dieser serie ist der typ einfach perfekt also genau so wie man das haben will eigentlich der ist nicht irgendwie nervig aufdringlich oder irgendwie weiß nicht nicht wie halt reiche sind so abgehoben sind oder er ist halt nicht abgehoben sondern es ist wirklich ein super zusammenspiel jeder geht auf den anderen ein und jeder passt auf den anderen auf es ist wirklich diese serie die muss man einfach schauen alleine dass man diesen ganzen aufwand irgendwie belohnt denn die in panama und in schweden und natürlich jetzt in was habe ich gesagt panama panama schweden und ich zähle das von der ersten staffel bis zur dritten auf also zuerst hatten wir schweden dann hatten wir panama und dann hatten wir jetzt oder haben wir jetzt kanada das hört sich alles gleich an das ist unglaublich ja also wirklich staffel 3 beste serie von 7 vs wild beste staffel von 7 vs wild von dem her ja mehr gibt es noch nicht zu sagen und ich würde sagen jetzt sind wir eh schon durch oder ja wunderbar gibt es eigentlich nicht mehr viel mehr zum bereden ja dann macht den abschied ansonsten ich würde euch in die weihnachten entlassen ja eure diese lieben leute da draußen und wir sehen uns beim jahresrückblick das ist dann irgendwann nach weihnachten oder so dann wird es ein bisschen was geben was haben wir bekommen zu weihnachten und ja ansonsten würde ich sagen wenn ich diesen podcast mache es gut bis zum nächsten Mal und bis tschau 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 bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020